Wo kommt der Nebel her? Das weiß kein Mensch. Und wer hat den ersten Funken gezündet? Niemand weiß es. Eines aber steht fest. Am Anfang war die Kälte und das Feuer. Auf der einen Seite war da Niffelheim, dort herrschten Nebel und Frost. Auf der anderen Seite war Muspelheim, und dort gab es nichts als ein Meer von zischenden Flammen. Was den Nebel vom Feuer trennte, war ein riesiger, bodenloser Schlund. Und aus dieser gewaltigen Leere, dem Abgrund zwischen Licht und Dunkelheit, ist alles, was lebt, hervorgegangen, und das kam so. Irgendwo in Niffelheim gab es eine Spalte im Eis, aus der ein mächtiges Wasser schoss. Dieser Strom schäumte auf den großen Schlund zu und stürzte sich hinein. Aber weil es kalt war, fror das Wasser zu großen Eiszapfen, und je länger das ging, desto mächtiger wurde das Eis auf der einen Seite des großen Schlundes. Aber da, auf der anderen Seite, dort wo Muspelheim lag, tanzten die Funken und die Flammen erwärmten die Luft. Tief im Schlund kämpften Hitze und Kälte miteinander, und das Eis fing an zu schmelzen. Was die Kälte geformt hatte, die Wärme erweckte es zum Leben. So entstand das erste Wesen. Es war von menschenähnlicher Gestalt, aber kein Mensch hatte solche Ausmaße. Denn Ümer, so hieß es, war ein Riese, und ein größerer Riese hat nie gelebt. Doch wovon sollte dieser Ümer leben? Von Feuer und Eis kann sich kein lebendiges Wesen ernähren. Als er sich umsah, bemerkte Ümer, dass er nicht allein auf der Welt war. Denn aus dem geschmolzenen Eis war noch ein anderes Ungeheuer hervorgegangen, das Hörner und Euter trug und von sanfter Natur war. Eine riesige Kuh, aus deren gewaltigen Zitzen Ströme von Milchrannen. Wer anders als Ümer sollte sie melken? So waren sie beide zufrieden. Die Kuh brauchte nicht mehr lange nach einem Abnehmer für ihren Überfluss zu suchen, und der Riese musste nicht verhungern. Trotzdem, irgendetwas fehlte der ersten Kuh, die bei all ihrer Größe sowie aller anderen Kühe war, nur dass sie nicht wusste, wonach ihr der Sinn stand. Sie schnüffelte und probierte alles, was in der Nähe war, bis sie ein paar reif beschlagene Steine fand, die nach Salz schmeckten. Davon konnte die Kuh, genau wie alle Kühe, die später auf die Welt kamen, gar nicht genug kriegen, bis sie an einen ganz besonderen Stein geriet. Als sie ihn mit ihrer riesigen Zunge ableckte, ahnte sie nicht, was sie damit angerichtet hatte. Noch am selben Abend nämlich wuchs aus dem Stein ein Haar hervor. Am anderen Tag kam ein Gesicht und dann ein ganzer Kopf zum Vorschein und am dritten Tag der ganze Leib eines großen, schönen Mannes. So kam Büre auf die Welt, der Stammvater aller Götter, die wir die Asen nennen. Doch unterdessen war auch Ümer, der erste Riese, nicht faul gewesen. Zwar schlief er viel, aber während er so vor sich hin schnarchte, fing er an zu schwitzen und aus seinen Achselhöhlen gingen zwei neue Wesen hervor, ein Mann und eine Frau. Auf dieses Wunder waren nun aber seine Füße eifersüchtig. Sie paarten sich miteinander und gebaren einen Sohn mit sechs Köpfen. So ist das Geschlecht der Riesen oder Trolle entstanden. Und von da an gab es kein Halten mehr. Die neuen Geschöpfe bekamen Kinder und ihre Kinder bekamen wieder Kinder bis auf den heutigen Tag. Am Anfang muß es ziemlich friedlich zugegangen sein auf der Welt. Die Asen und die Riesen kamen gut miteinander aus. Büre, der allererste Aase, hatte einen Sohn, der sich mit einer Riesentochter zusammentat und aus dieser Liebschaft ist Odin hervorgegangen, der später zum Häuptling aller Götter werden sollte. Aber einem solchen Frieden war auf die Dauer nicht zu trauen. Denn der Riese Ümer gab keine Ruhe. Zwar war er faul und träge und etwas anderes als Milch von seiner Kuh zu saufen und zu schlafen fiel ihm nicht ein. Doch dabei schwoll sein riesiger Leib immer weiter an und er gebar immer neue und ziemlich erschreckende Trolle, die bedrohliche Minen aufsetzten. Bald wimmelte es überall von solchen Riesenkindern. Odin und seinen Brüdern gefiel das gar nicht, denn sie waren in der Minderheit und sie wußten, wie schlecht es einer Minderheit ergehen kann, wenn sie sich nicht ihrer Haut wehrt. Eines Tages kamen sie zu dem Schluss, dass es so nicht länger weitergehen konnte. Jetzt reicht es, sagten sie sich, wenn wir nichts tun, sind wir bald am Ende. Wir müssen einen Aufstand gegen Ümer, den Großvater aller Riesen, und gegen seine Brut riskieren. Gesagt, getan, in aller Heimlichkeit schneiden Odin und seine Brüder mächtige Spieße aus den Bäumen und schleichen sich an den Riesen heran, der wie immer mit vollem Bauch schnarchend daliegt. Die Überraschung ist auf ihrer Seite. Das Blut spritzt aus den Wunden des Riesen, Ümer brüllt laut auf, dass die Gletscher kalben und Eisberge ins Wasser stürzen. Bald haben die Asen gesiegt und der Größte aller Riesen ist tot. Er hat so viel Blut verloren, dass seine Kinder in der Flut ertrinken. Sie werden in den alten Schlund gespürt und verschwinden im Abgrund. Wahrscheinlich ist dabei auch die große Kuh mitgerissen worden, denn seitdem hat niemand mehr von ihr gehört und niemand hat sie wieder gesehen. Nur zwei der Riesenkinder konnten sich retten. Ein Paar, das schlau genug war, sich im Nebel zu verstecken. Diesen beiden verdankt das Riesengeschlecht sein Überleben. Doch vom Tag der ersten Schlacht an sind es die Götter, die das Heft in der Hand halten und sie machen sich sogleich ans Werk. Den Toten Ümer schleppen sie bis an den Rand des großen Weltschlundes, eine schwere Arbeit, nach der sie sich erst einmal drei Tage ausruhen müssen. Dann legen sie ihn über den Abgrund, der unter dem riesigen Leichnam verschwindet. Sie überlegen lange, was man mit dem Toten anfangen kann. Vielleicht kann man eine ganze Welt aus ihm erschaffen. Er hat so viel Blut verloren, dass es für ein ganzes Meer reicht. Und aus seinem Fleisch kann man das feste Land machen, aus seinen Knochen Berge und Klippen, aus seinen Knöcheln und Zähnen Gestein und Geröll, aus dem Haar Bäume und Gras. Am Ende bleibt nur noch der Schädel. Die Hirnschale des Riesen setzen die Götter wie eine Kuppel über alles, was sie erschaffen haben, und so ist das Himmelsgewölbe entstanden. Das Gehirn aber werfen sie hoch in die Luft, wo es zerflattert, und so sind die Wolken zustande gekommen, die über den Himmel ziehen. Doch damit war die Welt noch lange nicht fertig. Zum Beispiel fehlen immer noch die Zwerge, die Unterirdischen, die in Grotten und Höhlen leben. Auch sie sind aus Ümers großer Leiche hervorgegangen, denn es waren keine gewöhnlichen Würmer, die sich da an ihr gütlich taten. Oh nein! Ohne die Zwerge sähe die Welt ganz anders aus. Man verdankt ihnen die Schmiedekunst, die sie erfunden haben, und manches andere. Allerdings, es ist wenig Verlass auf sie. Manchmal schlagen sie sich nämlich auf die Seite der Trolle. Trotzdem, ohne sie geht es nicht. Das sahen auch die Götter ein. Und sie erwählten vier von ihnen, um das Himmelsgewölbe zu stützen und die vier Ecken der Welt zu bewachen. Diese vier heißen Osten, Westen, Norden und Süden. Also auch für die Himmelsrichtungen müssen wir uns bei den Zwergen bedanken. Nun war es den Asen aber am Himmel noch zu dunkel. Im warmen Muspilheim, ganz im Süden, wo das Feuer zu Hause war, holten sie sich Funken und hefteten sie an den Himmel. Dort hängen sie heute noch auf der Innenseite des alten Riesenschädels. So sind die Sterne entstanden. Und wie ging es weiter? Nun, Odin hatte zwei Brüder. Der eine hieß Wile und war sehr klug. Der andere hieß Weh und hatte scharfe Augen, gute Ohren und war sehr berät. Eines Tages gingen sie alle drei am Strand spazieren und fanden dort zwei große Hölzer, die die Flut an Land getrieben hatte. »Seht nur«, sagte Weh, »dieses Strandholz sieht ja fast aus wie wir.« »Wieso denn?« fragte Odin. »Ganz einfach«, sagte Wile, »das hier ist der Kopf, das sind die Arme und zwei Beine haben sie auch.« Nun muss man wissen, dass die Götter gerne spielen. Und so nahmen sie nur zum Spaß die beiden Stöcke in die Hand, stellten sie auf und kleideten sie ein. Odin hauchte ihnen Leben ein, sodass sie atmen konnten, Wile gab ihnen Vernunft und Verstand und Weh verlieh ihnen die Gabe des Gehörs, des Gesichts und der Rede. Warmes Blut pulsierte durch ihre Adern und ihr Haar, ihre Haut, ihre Augen nahmen Farbe an. Nun waren sie kein Strandgut mehr, sondern ein Mann und eine Frau. Die Asen nannten sie Asch und Embla und von diesen beiden Eltern stammt die ganze Menschheit ab. Nun gab es zwar Asen, Trolle und Menschen, aber es war sonderbar still auf der Welt. Irgendetwas fehlte. Wahrscheinlich war es Wile, der als erster verstand, was es war. »Wisst ihr, warum sich hier nichts rührt?« fragte er seine Brüder. »Uns fehlt die Zeit. Es ist immer dasselbe am Himmel. Weder wird es richtig hell noch richtig dunkel. So kann es nicht weitergehen. Da fiel ihnen eine Riesenfrau ein, die ganz besonders dunkel war. Sie hieß Nott, und sie hatte einen Liebhaber unter den Asen, der mit ihr einen Sohn namens Dag zeugte, und der war ausnehmend hell. Die beiden, sagte Wile, sollten wir besuchen. Das leuchtete Odin ein. Er ging zu Nott und Dag, und beide, Mutter und Sohn, gefielen ihm so sehr, dass er ihnen Pferde und Wagen schenkte. »Habt ihr Lust, über die ganze Welt zu reisen?« fragte er. »Warum nicht?« antworteten sie. »Aber die Reise geht hoch hinaus,« gab Odin zu bedenken, »so hoch, dass ihr alles sehen könnt, und sie nimmt kein Ende.« Nott und Dag schreckte das nicht, und so hob Odin sie zum Himmel empor. Nott fuhr als Erste los. Ihr Ross hatte rauhreif in der Mähne, und am Morgen fallen Schaumtropfen aus seinem Maul. Das ist der Tau, der in der Frühe auf den Wiesen liegt. Kaum war Nott auf dem Heimweg, da machte sich Dag auf die Reise. Sein Ross schimmert, und seine Mähne leuchtet blendend hell. Seit der ersten Fahrt dieser beiden kann man Tag und Nacht unterscheiden. Man weiß, wie spät es ist, und kann die Tage und die Jahre zählen.